Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Flatplace aus dem Ghetto zu brutal Überzeugt sich doch selbst, abonnier mein Kanal Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Flatplace aus dem Ghetto zu brutal Überzeugt sich doch selbst abonnier Es geht jetzt sofort gleich in Ultimate Team Aber erstmal will ich euch noch meinen neuen Pro Club auf jeden Fall zeigen Ich muss es auf jeden Fall lüften Ich kann nicht mehr länger warten Weil Rune muss sich erst ein LAN-Kabel holen Und dann wollen wir so richtig durchdrehen Über Skype und so für euch Das neue Team heißt Vergewaltigers Junge Mit Walter Vergewaltiger Zieht euch dieses Maul rein Der ist ja wohl richtig unnormal Übelster Bauer Alter Richtiger Vergewaltiger Wenn er weiter hinterm Gebüsch steht Alter Dann dreht er richtig durch Und mein Teampartner wird heißen Günther Gebüsch Alter Junge ey Wartet nur ab wie er aussieht Das wird auf jeden Fall eine Überraschung bleiben Das zeige ich euch noch nicht Und ja Wir werden auf jeden Fall richtig durchdrehen Ihr werdet euch totlachen Das ist auf jeden Fall schon klar Alter So Wir gehen jetzt mal in Ultimate Team Ultimate Team FUT Draft Ihr wisst Bescheid Da hat dein erstes Spiel leider verloren Gleich rausgeflogen Das war auch mein erstes Spiel in FIFA Das habe ich schon ein paar Matches gegen Rune gemacht Ihr wisst Tony vs. Rune Und nochmal Das ist Krieg Das bedeutet Krieg Ähm ja Und Dann habe ich hier im Online-Turnier Hier bin ich jetzt im Viertelfinale Da habe ich einfach gewonnen 2 zu 1 glaube ich Ja Gegen Marseille Keine Ahnung wer das ist So Jetzt stelle ich euch noch meine Teams vor Die ich mir zum Anfang gemacht habe Ich hatte nicht so viele Coins Ne Also erstmal habe ich hier die Schlitzaugen Ne Die drehen auf jeden Fall durch Also mit denen habe ich noch nicht gespielt Aber Ich denke mal Dass ich die ganz gut aufgestellt habe Und die Wodka Mutanten Mein erstes Team Mein Gold Team Mit Dumbia von drin Busufa Ihr wisst Bescheid Alter Ihr kennt die Zerstörer Immer schön alle unten auf den Dings Ne Ihr kennt den Trick ja Ja Und dann würde ich sagen Alter Ich habe schon ein Spiel gewonnen So im Dings Dann muss ich jetzt mit den Schlitzaugen spielen Alter Mit denen habe ich noch nicht gespielt Wieder meine Premiere Und diesmal gehen wir direkt hier mal in die Saison In die Online-Saison Mal gucken was wir da für einen Gegner kriegen Ey ich will die hier nicht man Achso weil ich die angewählt habe Muss man erst wählen Das wäre viel geiler Wenn man da direkt so auswählen kann Wenn ihr wisst wie das geht Ne Wenn ich das gerade unnötig gemacht habe Schreibt es einfach in die Kommentare So Das wäre auf jeden Fall brutal Aber wisst ihr was wir noch machen Machen wir nächstes Mal Ich habe noch voll viele Coins da Für diesen IAS FC Dings Und dann kann ich auf jeden Fall noch Ron Nilo und so weiter Ausleihen Boah ich bin noch todmüde Junge war das ein langer Abend Gestern das erste Mal FIFA so Hatte das Spiel einen Tag früher War schon krass Ja voll die Gaylord Mannschaft hier Die ballert nicht so Die sehen aus Egal wir suchen mal hier unseren Gegner jetzt Voll den Leverkusen da vorne drin Ich bin ein bisschen krank Also nicht wundern Wenn ich ein bisschen räusper und so Mein Hals ist Maß genommen Aber für euch muss ich auf jeden Fall Hier ein bisschen Ein bisschen ein paar neue Benzema nennt er sich Im PSN Ein paar Ein paar Oh nein Alter Wir spielen auch noch gegen Goethe Ein paar neue Folgen aufnehmen Bin ich ja mal gespannt Er hat auf jeden Fall diesen Traurier Wie oft ich heute auf jeden Fall sage Mein Gott ey Das ist richtig auf jeden Fall Meine Freunde So Ey Grafik ist einfach so geil Alles klar Dann komm mal ran Digga Ich finde die Übertragungstelekamera Ist sehr weit weg Nein Oh mein Gott Alter war das gleich Ein brutales Foul Sehr schön Sehr schön Oh nein Ich sag euch gleich Ach das ist ja gar nicht Mein Dings Team Das ist ja gar nicht Mein Mein goldenes Team Die Russen die gehen auf jeden Fall ab Ich glaube auch Dass ich hier mit Mit meinen Dings was reißen kann Komm her Rui Song Wu Alter der dreht durch Junge schieß doch Ah Rui Song Wu Junge Ey Gegner fängt Feuer an zu legen Kasper Rui Song Wu Junge Richtiger Zerstörer Was für Ramos Junge Was Ah er kriegt jetzt Gelbe Ha Das war auch Naja Ich sag mal so Muss man nicht pfeifen Na ja guckt euch das an Einfach ohne Ball weggeklasht Den Lappen So muss das sein Wenn der Tony Im Ultimate Team durchdreht Ey geil Ich finde die Schlitzaugen Gehen jetzt trotzdem Sind korrekt Ich finde auch dieses Jahr Kann man glaube ich Mit jedem Team was reißen So Oh nein Oh Da wollte ich ihn voll maß nehmen Song Sauber Nein Nein Der kommt raus Oh Was macht der denn da Ich falle im Ball rein Oh Traoré Der ist schnell Aber ist egal Das interessiert uns gar nicht Nein Oh nein Ja die Kopfbälle sind dieses Jahr Sehr stark Das war natürlich richtig schlecht Verteidigt Wo stehen die denn da Die Verteidigung ist nicht so geil Was war denn das für ein Special Schuss Ah egal Wartet man ab Das Spiel ist noch nicht vorbei Hier Das Spiel ist noch nicht vorbei Ey Was Komm schon den holen wir uns Nein Oh ist das ein Tier Alter Die Santo Was Was Oh man Die Abwehr Alter ist auf jeden Fall Verbesserungswürdig Hier bei den Japsen Die ist nicht so krass Boah Wir müssen auch glaube ich Mal hier auf Konter spielen Der Typ ist mir zu offensiv So Und Spiel mal weiter Junge Oh Den holen wir uns Und spiel da rüber Nein Warum war der denn so locker Oh mein Gott Den hätte er aber besser machen können Den hätte er aber wirklich besser machen können Nein Komm schon Mann Voll die Fehlpässe Sehr schön Son Ey Ey Geh doch hin Mein Guter Alter Schlitzaugen los Ey Du Kasper Junge Egal Warte mal ab Oh sauber Geh doch hin Du Schlitzkopf Alter Ist doch nicht mehr normal hier Nein 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 Boah Zum Glück noch dazwischen gegangen Ey Ein bisschen gestört Dass er da nicht so chillig Chillig spielen konnte Sehr schön gemacht Schön das No Touch Dribbling hier ausgenutzt Aber Dann leider Einen Fehlpass gemacht Kommt schon Jungs Das ist sehr schwer mit denen zu spielen Oh 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 Nein Da hat er uns direkt ins Abseits gestellt Oh mein Gott War das gut gespielt Die ganze Abwehr auseinandergenommen Guck mal Oh Hat doch nicht gleich gepasst Ähm Hat da ein bisschen gebraucht Auf jeden Fall No Smarter hier John Was für ein John Junge Ah Wir müssen den jetzt zerstören Der ist nicht so gut Er hat jetzt ein Kopfballtor gemacht Das kann jeder Los Oh Schlaf nicht ein Dicker Was ich komisch finde Dass man von allen immer Sehen kann Wie doll die schießen Und so Ah Nein Das wollte ich gar nicht machen Mann Ich flipp gleich aus Kommt schon Jungs Komm ran Er so Geiß Er so Geiß Sehr schön gemacht Schön auf Linie gespielt hier Sauber Sauber Und dann ziehen wir ab Junge Was für ein Tor Junge Sauber Oh Ist der hässlich Den haben wir schön aufgelegt Auf jeden Direkt genommen Wie seine Mutter von hinten Darauf kommt er nicht klar Junge Kim Jung Sin Hahaha Richtiger Durchdreher Ja komm doch her Digger Was ist jetzt los Guck mal wie ich deine ganze Abwehr ausgehebelt hab Meine Freunde Komm her Ist Donnera Totschläger Oh was macht er denn da immer so lange Mach doch Ich will meinen ersten Sieg hier in FUT einfahren Beziehungsweise in der Saison Oh was macht er denn da jetzt Spielt er auf Zeit oder was Sauber Sehr schön gemacht Oh Und Spiel durch Nein Ey Foul Sauber Jetzt kommen wir Jetzt kommen wir Jetzt ist er demotiviert Komm mach ihn Oh nein Nein Ey Was macht er denn da Das Abspiel war nicht gut Ah schade ich hätte das Anders versuchen sollen Aber egal Kommt schon Jungs Wir haben Fukushima Oh Was für ein Traumschuss Das gibt's doch einfach nicht Oh da Ey Nein Er fängt einfach an zu tippen Alter Ich glaub's ja nicht Das sind ja voll die Maschinen Nein Komm raus Sehr schön Alter der Torwart Der Torwart hat richtig schnell Geschaltet Das ist sehr schön Nein Hätte ich noch weiter laufen können Hat er richtig schlecht verteidigt Jetzt haben wir ihn am Sack Alter Jetzt haben wir ihn am Sack Und da kommt der Traumpass Junge mach ihn doch Oh Er hat mich richtig behindert Oh Wieso nimmt er den Ball denn nicht Ich bin da doch perfekt hingelaufen Oh nein Sehr schön verteidigt Ey was macht ihr da Lauft nicht auf einen Haufen Komm schon Jun Jun Ilok Und Bam Oh Schade Ah der ist glaube ich nicht so groß Mein Stürmer Aber Er ist schon okay Uh Das war aber nicht der schon mit der gelbe Das war der andere Ah da gibt's gelbe Karte Scheißig drauf Alter Wir spielen grad definitiv besser als der Gegner Kann man nix sagen Da kann man nix sagen Viel viel besser als der Gegner Ey Hat ihn voll durchgelassen man Nein Nicht gut gespielt Nicht gut gespielt meine Freunde Nicht gut gespielt Ja da würde ich sagen Alter Die erste Halbzeit ging gut ab Wir haben auf jeden Fall glaube ich mehr Ballbesitz hier auch Mehr Schüsse aufs Tor Wir haben das Spiel einfach mal Zu unseren Gunsten auf jeden Fall Gedreht Oh ich wollte eigentlich noch einen Schluck aus meinem Booster nehmen Booster Junge Bester Energy Drink Billig aber der Hammer Ohne Zucker für die Pumper Alter Will er hier gleich durchdrehen oder was Glaube ich ja nicht Sauber Schöne Grätsche Oh nein Spielt er jetzt übelst offensiv Oder was ist bei ihm los Komm schon Geh hin Sehr schön gemacht Ah die Verteidigung ist Boah alter Nein So ein geiles Dribbling Die Verteidigung ist nicht so leicht hier zu spielen In FIFA 16 Aber damit muss man klarkommen Und da spielen wir ihn sauber auf die Seite Komm schon den hast du noch Und jetzt bring ihn mal rein Oh Oh mein Gott Und nochmal Und nochmal Kopfball Oh Junge wir machen hier richtig Druck Alter mit den Schlitzaugen Das ist auf jeden Fall sehr nice Komm schon Komm schon Den holen wir uns Sauber Schön verteidigt Hier zeigen wir diesmal ein ganz anderes Spiel Als im ersten FUT Dings Ey da kommt gar nicht darauf klar Alter wie ich mit den Schlitzaugen hier abschminke Schön mit dem Silberteam Kaijof sein Gold Und seine Leute haben viel krassere Werte Weil die Goldspieler haben immer Bessere Werte als die Silberspieler Oh nein Es gibt ganz selten mal wen Alter der Der da Oh nein Was hab ich gemacht Ah Jetzt mach ich wieder Mist Alter Ja Sauber 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 Ah Meine Güte Ey lasst euch doch nicht reindrängen jetzt Sehr schön Fehlpass Ja Yusen wo Yusen wo Yusen wo Oh nein Nein Das war so eine riesige Chance gerade Komm verfolgt ihn Verfolgt ihn Schlitzaugen Wollte ich eigentlich erst Fukushima Boys nennen Aber irgendwie stand da jedes Mal Es wäre verboten Der kommt gut Alter Alter Oh Das war unsere ganz große Chance Ich glaub es ja nicht Sehr schön Sehr schön Oh nein Kommt schon Jungs Nein Sehr schön gemacht Kommt schon Torwart Den hast du Sauber Torwart ist brutal Kann man sich nicht beschweren Oh wie er mich gefault hat man War das denn Kommt schon Alter Unser Stürmer ist richtig geil man Ah Was macht er denn da Er steht gut und hat den Ball Da setzt er sich gut durch Oh da machen wir ihn Nein Ah Schade Da haben wir uns fast eben das Tor geholt Ey ich glaub's ja nicht Da ist er aufmerksam und hat den Ball Klasse Nein doch nicht zu ihm Ich hab wo ganz anders hingespielt Ah wenn man nicht genau die perfekte Power macht halt Dann kommen auf jeden Fall hier die 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 Fehlpässe Ey Ey nein Oh Er hat uns alle Ich konnte ihn nicht aufhalten Aber ich muss sagen Sehr sehr schlecht abgeschlossen Da schieß ich ja mit Silberspieler besser Komm schon Unser Tor war eh viel geiler als seins Kann man nix sagen Oh nein Ah Alter Der steht da voll an der Mittellinie Und drückt uns voll rein Mann Ja mal instant einfach mal reingrätschen Adrian Adrian Ramos Nein 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 Bitte keine Elfmeter Und bitte keine Rote Ah gut Mein Gott Da hat er schon drei gelbe Karten Die Japsen sind richtig aggressiv Okay Ja mach doch man Oh dass die Leute immer so einschlafen müssen Sehr schön Sehr schön Lassen wir erstmal schön das Aufbauspiel hier Und zack Oh ich werde das Team auch nach und nach noch verbessern Noch ein paar krassere Japsen mit einbauen Sind am Japsen Wie Schlitzaugen Sehr schön Oh nein Mann Ich mach grad so viele Fehlpässe Nein Oh Nein er spielt nicht Nein Oh die Japsen sind glaub ich schon übelst am Ende Oh Ey so teuer hab ich gar nicht gemacht Gerade Alter Nein 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 Oh Das wär ein richtiges Billigtor gewesen Ganz ehrlich Aber ein extremes Billigtor wär das gewesen Sehr schön gemacht Alter Sehr schön Den machen wir Ja Ja da ist das 2-1 Da ist die Führung für die Schlitzaugen Junge Sauber Da sind sie Junge Ein brutaler Pass Ein brutaler Aufleger Und da ist das Tor drin Richtig geil Sehr schön gemacht Alter Was willst du tun Junge Gar nichts Überlegen Junge Überlegen Ganz ehrlich Ich hab auch viel besser gespielt Er hat zuletzt sehr gedrückt Aber ich hab auf jeden Fall Insgesamt viel besser gespielt Oh nein Voll der Fehlpass Ja das kann tödlich sein Fehlpässe können tödlich sein Definitiv Komm schon Mach doch Oh Mann Ey Sehr schön Ey Der sollte nicht zu ihm Ich spiel manchmal einfach zu wem anders Sauber Schönen Lauf gespielt Schön Komm Bring ihn rein Oh Meine Güte Und da ist es vorbei Da gewinnen wir unser erstes Spiel Junge Das waren die Schlitzaugen Meine Freunde Sehr schön Sehr schön Zweiter Sieg in Folge Insgesamt in FUT Auf jeden Fall Sehr sehr geiles Spiel Jan to lock Alter ist auf jeden Fall durchgedreht Ja das gefällt mir 1400 Coins Ihr dürft nicht vergessen eure Booster einzulösen Im Katalog Damit ihr mehr Coins bekommt Ja und dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Video Meine Freunde Tony versucht auf jeden Fall weiter durchzudrehen Hau da rein Nein da Hallo Mann was ist denn da los Mann Hallo Ey das kommt ja gar nicht klar Hallo Ey Okay Ey Ey Vielen Dank.